Hi, hallo und herzlich willkommen heute zum magischen Kreis der VDE-Schraubendreher. Hintergrund ist folgender. Ein namhafter Werkzeughersteller ist auf den Toolboy zugekommen und wollte wissen, welcher mein Lieblingsschraubendreher ist und wieso. Und es hat mich riesig gefreut, dass ich dann nach meiner Meinung gefragt werde und dass ich da beratend quasi bei der Entwicklung von dem neuen Schraubendreher mitwirken kann. Und noch viel mehr freut mich, dass ich einen YouTube-Kanal habe, auf dem viele werkzeugbegeisterte Leute zuschauen, die mir immer viele Inputs geben und konstruktive Kritik. Und es ist eine Riesenchance für die Community, dass wir den weltbesten VDE-Schraubendreher mitentwickeln können. Und deswegen mache ich heute ein VDE-Schraubendreher-Spezial. Ich möchte auch eine kleine Umfrage im Community-Bereich danach machen, wo jeder reinschreiben kann, was für ihn selber der beste VDE-Schraubendreher ist. Also ist er groß, muss er klein sein, muss er schmal sein, muss er dick sein, muss er lang sein, muss er kurz sein, muss er harte Klinge haben, muss er weiche Klinge haben, muss er so einen eingegossenen Isolation haben, muss er bestimmte Beschriftungen haben, muss er aus Kunststoff sein, muss er aus Gummi sein und so weiter. Und deswegen möchte ich gar nicht so viel heute darüber sagen, was mein Lieblings-Schraubendreher ist, sondern einmal einen groben Überblick geben, über was es gibt. Und ich werde auch ein VDE-Schraubendreher-Set verlosen, und zwar jeder, der einen Kommentar da lässt, mit Hashtag Schraubendreher. Der ist dann mit dabei, das werde ich bis Ende, bis Anfang Dezember dann auslosen. Das ist noch eine Verlosung offen, und zwar die vom Toolcheck Plus, das habe ich nicht vergessen. Es kommt auch nächste Woche noch mal eine, da geht es um Barco. Aber um das soll es gar nicht gehen, es geht jetzt um die VDE-Schraubendreher. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, welcher Schraubendreher für euch der beste Schraubendreher ist und wieso, und wie man den vielleicht noch besser machen könnte. Ich werde dafür nicht bezahlt, das sage ich auch gleich. Ich finde es nur toll, dass die mich gefragt haben und dass wir jetzt quasi die Chance haben, an einem Produkt mitzuwirken, wo danach in großen Mengen produziert wird, wo vielleicht dem einen oder anderen Insulateur das Leben leichter macht, weil er schon immer darauf gewartet hat, dass es eine bestimmte Funktion gibt. Also, weil es gibt verschiedene Formen. Es gibt, es ist so, ich habe mir ein bisschen eingelesen, ein Zwischending zwischen Ergonomie und Dynamik, zwischen Dynamik und Kraft. Und je nachdem, wie die Schraubendreher ausgelegt sind, kann ich halt damit den ganzen Tag arbeiten, ohne dass ich dann bei Hand weh tut, oder ich kann besonders schnell arbeiten oder ich kann besonders stark die Sachen anziehen. Ich habe gelesen, dass es gibt einen MIT-Professor, der hat bei einem Kletterunfall leider beide Beine verloren und hat sich dann mit Prothesen beschäftigt. Und er hat festgestellt, dass eine Prothese, die am menschlichen Körper angebracht wird, an der Stelle, wo der menschliche Körper weich ist, hart sein muss und an der Stelle, wo der menschliche Körper hart ist, weich sein muss. Und ich habe herausgefunden, wieso manche, das sind ja auch schon ähnlich von der Form, diese besondere Form haben, und zwar, wenn man Knetmasse in die Hand nimmt und da mal ein bisschen schraubt, dann bildet sich eine ganz ähnliche Form aus, wie die Schraubendreher, die hier auf der Matte liegen. Die japanischen Schraubendreher, diese Ball-Clip-Schraubendreher, die haben auch tolle Formen, die liegen hinten in der Hand gut und die haben auch immer zwei Komponenten, einen harten Kunststoff und einen weichen Kunststoff, so einen Rubber und das andere ist Plastik, ja. Vielleicht ist ja das ein besonderes Merkmal. Viele Schraubendreher haben auch hinten einen Aufdruck, wo dann draufsteht, was das ist. Manche haben sogar einen Farbcode, ja. Und wieder andere, die haben flache Stellen, damit die nicht runterrollen können. Es gibt an der Klinge verschiedene Formen, einmal so abgesetzt. Ja, da muss man dann schauen, wenn das natürlich eng zugeht, dann stößt man hier an der Resolierung an und kommt nicht in die Bohrung rein. Es gibt aber auch Slim-Schraubendreher, wo quasi da kein Übergang ist. Ich habe gesehen, es gibt nur zwei weitere Firmen. Das eine ist Kniepacks und Barcourt, die welche machen, bestimmt noch viele mehr. Könnt ihr mir auch gerne reinschreiben, was in die Kommentare, was ihr da, Schraubendreher am Start habt. Und ich habe auch gesehen, die von Kniepacks, die waren relativ weich an der Klinge. Das hat natürlich den Vorteil, dass die nicht ausbricht, aber wenn man mit zu viel Kraft schraubt, dann verformt sich die. Das will man vielleicht auch nicht, wenn man viele Verschraubungen macht. Spielt die Farbe eine Rolle? Wie hart muss der sein? Ist das wichtig? Hier ist es auch so. Hier ist der hart außen und innen diese Inlays sind weich. Oder Velo, die haben ja diesen Ergonomik, diesen ganz weichen Griff. Ist das gut? Oder ist das vielleicht gar nicht so schön, wenn man das hat? Müssen die nicht nur gut in der Hand liegen, sondern auch bestimmte Oberflächenbeschaffenheit haben? Wenn man zum Beispiel ölige Finger hat, dass man nicht abrutscht. Müssen die besonders schmal sein, dass man viel in engen Räumen arbeiten kann? Ja, also Fragen über Fragen. Müssen die rund sein? Oder macht es auch so wie die von Holex ein eckiger Griff? Der ist auch wieder weich und hier hart. Und das hoffe ich, das ist mal ein bisschen ein Video aus der Reihe, dass ihr mir da Kommentare und Inputs liefert, dass wir hier ein tolles Produkt mit generieren können, wo uns dann vielleicht allen viel Freude macht im Nachgang. Was liegt hier auf der Matte? Die Felo-Schraubendreher, die Vera-Schraubendreher, die Fesselschaubendreher, die Fakum-Schraubendreher, die Vija-Schraubendreher und die BP Swiss Tool-Schraubendreher. Die hier, die sind jetzt relativ flach, ohne so einen Bauch. Die gibt es auch als VDE-Version mit so einem runden Griff. Und da muss ich sagen, lasst euch davon das Bild nicht beeinflussen, die gefallen mir schon ziemlich stark. Also mit dem runden Griff, weil die liegen einfach gut in der Hand. Die sind aus einem Kunststoff. Die haben hinten auch hier einen Code, sogar einen Farbcode. Da gibt es jetzt auch einen Griff, wo man Einsätze macht, neu und innovativ. Müssen die vielleicht auch die Klinge bis hinten den Griff haben, dass man da hinten draufhauen kann? Brauchen die so eine Fläche, dass die nicht runterrollen? Oder ist der Boy-Grip gut, wenn man den ganzen Tag damit arbeitet? Kann ein guter Schraubendreher, einen elektrisch betriebenen Schraubendreher ersetzen und umgekehrt? Fragen über Fragen. Das Thema werde ich ein bisschen breit reden. Ich hoffe, ihr powert es rein. Ich freue mich auf eure Hashtags. Und wir sehen uns vielleicht auf jeden Fall am Mittwoch auch wieder, weil da mache ich einen zweiten Teil von den elektrischen Schraubendreher. Und vielleicht dann auch nächsten Sonntag wieder. Danke fürs Einschalten und eure Kommentare. Bis bald.